hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von sport fischer heute sind wir beide wieder unterwegs der liebe chef und ich heute geht es unter die brücke an die brücke mal gucken wir haben gesehen dass der flusslauf schön und zwei kurven geht und wir versuchen mal von der mitte der s kurve mal links und rechts da bisschen die kurven anzuschmeißen und die ufer bereich ein bisschen abzufischen ein bisschen ansatz angel noch zu machen waren eben wie ihr gesehen habt kurz im angelgeschäft noch gerade köder geholt hauwürmer rotwürmer und kleine maten und ja wir werden nachher ins wasser gehen werden euch auf jeden fall dann noch die routen zeigen die montagen zeigen weil auch letztes mal missionarisch erreicht hat dass wir weniger erklären dann dafür muss ich mich entschuldigen wenn man nicht so regelmäßig videos aufnimmt dann rostet so was echt ein und deswegen wollen wir gucken dass man noch ein bisschen mehr content machen genau richtung liesdorf und wir sind schon gleich da würde ich sagen bis gleich das ist das ist das ist das ist Jajajajaj Oh ne, wir haben die BMW Angler Erstmal Spot identifizieren hier Ja, hier lässt sich doch gut angeln Was ist das denn für einen Reinkopf? Ja So, jetzt brauche ich dich an Jetzt gehen die Kurse für sie Jetzt gehen die Kurse für sie Die Kurse für sie Die Kurse für sie Kunstwürmer Jeff fragt, ob er das versuchen soll. Was denkt ihr? Was denkt ihr? Ist das ein guter Köder für auf Pose? Ja, Leute. Was sagt ihr dazu? Strömungspose mit Kunstköder auf dem Fluss. Habt ihr da schon gute Erfahrungen gemacht? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Das sind ja Mini-Würmer. Mini-Rotwürmer? Ja. So, hier ist Jeffs Montage. Einmal seine Hardi-Rise, oder? Nein, nein, nein. Das ist eine Sex-Sonder. Oh, die neue. Die neue Wumme. Okay, dann normale Stationäre Rolle drauf. Mit einer geflochtenen Schmur. 0,18er, ne? Okay. So, dir. Dann... Mit Tiroler Hölzel. Vorfach. Mit einem Zweier. Wurmhaken und Rotwürmern. Petri. Danke. Mal gucken, wo er jetzt hinwerft. Die. Mach. Eine Hand von mir ist an meiner Rute zum Montieren und die andere filmt gerade. Also, ich stehe hier gerade zwischen zwei Stühlen. Ist das ein Sack? Mager. Quark. So, meine erste Montage ist fertig. Ihr kennt meine Rute. Einmal meine Zektry. 240, 50. Also 240, also 240 lang und 50 Gramm Wurfgewicht. Ist eigentlich eine Transportrute, eine Reiserute. Deswegen auch eine kleine handliche Tasche dabei. Auch Meerwassersicher, ne? Also kann man auch für das Meerwasser benutzen. Das war mir sehr, sehr wichtig, weil ich mal in den Urlaub fahre. Ist eigentlich eine Zanderrute. Benutze ich aber auch so für einen Fluss. Ist für mich so eine Allround-Rute. Dazu gibt es eine Stationärrolle von Quantum, die GeForce 30. Habe ich mir neu gekauft. Bin ich auch echt mal gespannt. Auch muss ich hier noch festkurbeln. Dann habe ich da eine Monophile drauf. 0,20er. Da habe ich dann, das mache ich noch ein bisschen höher. Ich will gucken, dass ich auf, ja, schon drei Meter komme. Deswegen wird es mit dem Auswerfen gleich witzig. Eine Pose mit 5 plus 3 Gramm. Schön lang, gerade für die Strömung. 6 Gramm zum Ausbleien, weil ich einfach mal sehen will, wie es sich bewegt. Und dann Vorfach mit einem 12er-Haken und Rotwürmer. Yes. Passt doch. Es schwimmt doch. Schön. Lade ich. Ja, sie schwimmt, sie treibt schön. Ja, sie schwimmt, sie treibt schön. Oh, meine Pose ist unten. Jeff, halt. Du hast kein Fisch. Oh. Das will ja nicht so enthalten. Oh, Mann. Filmen, angeln. Alles viel zu schwer auf einem. Ja. So, haben wir 50er-Haken. Äh, ich will. Äh, du mir perl. So, und jetzt. Auch mal einen schönen Snap. Das ist 21 Kilo. Dann gehen wir mal durch die Brüse durch. So. Und dann gehen wir wieder von unten einmal durch. Also, dass wir zweimal durchgehen. Und dann fangen wir an, ganz normal zu knoten. Ja. Ja. Zwei. Drei. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Das müsste reichen. Da kam ein Snap dran. Dann eine geflochtene Schnur mit einem Zweierhaken. Und ein kleines Wurmpaket. Ah, da ist der Fisch. Petri, eine Gründel. Eine sehr schöne Schwarzmond-Gundel. Ich film die Gründel, nenn ich. So, sehr schön. Einmal zwei, weiter geht's. Ja, die Schleuse ist auf. Man sieht, was für ein Scheiß hier bei uns auf der Saar vorbeigeschwemmt wird. Wir haben auch, ja gut, hinten ist schon vorbei, sieht man nicht mehr den ganzen Dreck. Hier halt noch dieses Bobbycar-Rädchen. Die Jägermeisterflasche ist schon vorbeigeschwommen. Ja, also im Saarland, hier gibt's die saubersten Flüsse, sag ich euch. Was wir halt gewohnt sind, ne? Wenn man's schon angelt, dann kann man's gerade schon rausholen, ne? Und es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, schön, ne? Und was hat er da an der Angel? Ein dickes Holz. Ein dickes Holz. Toll. Guckt euch das an. Ja, Leute, ist momentan echt ein bisschen blöd. Und da, ich will noch ein paar Rotfedern und Rotaugen fangen. Hätten wir zeigen können. Und ich dachte, komm, machen wir mal nachher. Aber jetzt haben wir halt das Problem. Außer aufgrund können wir jetzt nicht mehr gehen, weil guckt euch das mal an. Was hier gerade angeschwemmt wird, also so ein riesiges Vollholz, was ist denn das? Vierkantholz, ne? Unter Wasser, was hier angeschwemmt wird. Hier der ganze Dreck. Hier hinten Äste, Müll. Also das ist unsere Saar. Wer sie noch nicht kennt, an manchen Stellen. Und es ist halt jetzt echt schwierig mit Pose. Oder überhaupt irgendwas anderem zu angeln. Weil, ja, laufend hast du irgendwas in der Schnur drin hängen. Irgendwo verknuddelt's. So wie bei Jeff jetzt auch gerade. Ich hoffe, dass nachher aufgrund noch was bei ist, dass ihr hier mal ein Video habt, wo es sich wieder lohnt. Sonst müssen wir demnächst wieder an den Bayer gehen, weil, ja, was soll ich sagen, da bin ich zu schlecht für den Fluss, ne? Ja, dieses Jahr, aber echt, dieses Jahr steckt der Wurm drin. Letztes Jahr war gut. Hätten wir mehr Videos machen können, da war gute Fänge. Oft kein Video gemacht gehabt. Und dieses Jahr versuche ich echt jedes Mal ein Video zu machen, aber... Petri. Danke. Go. Das ist neu, ich hab Wasser gar nicht. Oh Mann. Das ist neu, das ist neu, das ist neu, mein Erstaatshandel, nein. Das ist neu, das ist neu, das ist neu. Aber nicht draus hebeln, ne? Nein, nein. Komm, sag ich jetzt Petri. Petri für den toten Fisch. Mein erster Zander. Willst du den essen? So. Boah, fuck. Schöner, großer. Hier dran sieht man natürlich, dass der garantiert nicht mehr essbar ist, weil es nicht mehr schön, kräftig, saftig, blutig, rot und rosa ist. Der stinkt auch wie die Hölle, der Fisch. Ich hab den jetzt mal rausgeholt, um zu gucken. Boah. Was für ein Exemplar ist es? Wie groß ist er? 70. 70 Stinkmeter. Und was für Verletzungen hat er, warum ist er gestorben? Ja, guck mal, der Fisch hat nichts. Der Fisch hat nichts, der ist komplett einwandfrei. Außen keine Verletzungen, keine Verpilzung, der ist eigentlich top. Warum sterben Zander? Wenn ich mir hier das so angucke, weiß ich, warum er gestorben ist. Guck mal, versuch mal reinzufilmen, ob man das sieht. Dem ist nämlich alles von innen versucht, nach außen zu stülpen. Das ist, wenn man den Fisch nicht richtig abhakt und dann meint, nochmal zurücksetzen zu müssen. Weil Zander sind sehr, sehr sensible Fische. Hier hat mal jemand gesagt, ein erfahrener Angler, dass mehr als 50% der wiedergesetzten Zander sterben, weil sie es ans Herz kriegen oder auch innere Verletzungen haben, weil es sehr, sehr sensible Fische sind. In diesem Sinne, ab, zurück zur Natur, der Natur zur Verfügung stellen. Jetzt wissen wir auch, warum es hier die ganze Zeit so nach toten Fisch gestorben hat. Ja, Leute, hey. Wir kundeln. Die laufen, Leute. So, jetzt geht's weiter. Pass mal auf hier. Ist halt echt schwierig, ne? Macht halt gerade nicht so viel Spaß im Moment. Da hinten kommt schon die nächste Ladung. Aber eigentlich ist hier ein guter Spot, ne? Ich weiß nicht, ob man es so erkennt, aber sogar ein Baumstumpf ist hier unterwegs. Jetzt sind wir hier hingesprintet, weil die Rude krumm war. Jeff? Ja? Oh, du hast es rausgekriegt. Was für ein Glück. Ja, da ist jetzt nichts mehr mit Pose vorne hinwerfen, ne? Spot kaputt. So, Leute, jetzt wird's strange, jetzt wird's cringe, weil... Guckt euch mal den Karpfen an. Und hier, also... Im Vergleich, meine Hand hier auf Wasser, wie klein die ist, ne? Der ist ungefähr 60, 70 Zentimeter lang. Das ist ein Riesen-Orgi. Was ist hier los? Warum schwimmen hier so viele tote Fische rum? So, ihr Lieben, jetzt geht's zum wohlverdienten Essen nach so viel toten Fisch, wie ihr gerade seht. Der Jeff, der macht gerade Brötchen auf dem Scotty, denn die Funktion hat er noch. Kann man sogar Kuchen drauf machen, gell? Anscheinend. Müssen wir mal probieren. Müssen wir mal probieren. So wie da im Moment. Hm. Schon Erfahrung. Ich sag's euch, der gute Scotty-Grill... Es ist halt geil, 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 mega, geil. Ah, wie geht's los, ne? Ja. Ich rede nicht mit dem Zufrieden. Grundeln und Würstchen. Grundeln schmecken gut. Frittiert. Ja. Müssen wir mal einen Grundel-Burger machen. Müsst ihr das mal versuchen, nicht? Das nächste Mal am Wasser. Grundel-Burger. So. Ihr habt's gehört. Ich geh mal... Also ich trau mich mal zu sagen, vielleicht nicht direkt das nächste Mal, aber... Okay, ich lege mich aus dem Fenster. Innerhalb der nächsten drei Angeltouren werden wir Grundel-Burger machen. Das verspreche ich euch. Dann werde ich auch zu Hause selbst Brot backen oder den Teig schon mal vorbereiten. Können wir das vielleicht hier machen, probieren wir einfach mal. Machen dann die Grundeln... Ja, die... Fleischwolf haben wir nicht. Können wir mit einem Messer machen, vielleicht. Ganz fein zerhacken. Ach, das ist Fleischwolf. Komm mal hin. Leute. Wir hören jetzt auf zu angeln hier. Ich fühle mich hier an dieser Stelle nicht gut. Nicht wegen dem Müll allein schon, sondern es ist jetzt schon der vierte Fisch, der angespült worden ist. Ich zeig's euch mal. Seht ihr das? Das ist jetzt der dritte Karpfen. Die ganzen Maden klettern schon auf dem Rum. Man sieht's jetzt hier nicht so gut. Auf dem anderen hat man's besser gesehen. Ja. Also hier schwimmen zu viel tote Fische rum. Mal ganz im Ernst. Wenn hier überall tote Fische rumschwimmen, möchte ich hier jetzt auch keinen Fisch mehr fangen. Wie sieht's mit dir aus? Ich krieg's so leichten Ekel, weil hier stinkt überall Ekel ab nach Fisch. Foten Fisch. Und dann seh ich sowas noch. Krass. Und die Fische, die sind noch nicht mal verletzt. Sind die vergiftet worden, oder? Was ist denn hier in dem Wasser drin? Ganz, ganz schlecht. Schon wieder werde ich, ne? Ein wundervoller Angeltag geht zu Ende. Oder wir mussten ihn jetzt beenden. Haben es jetzt freiwillig beendet. Weil's nix bringt, ne? Unser Grundl. Also ich war jetzt auch bei mir das erste Mal, dass du eine Grundl reinwirfst. Die wird noch nicht mehr angeknabbert. Ne? Sie kommt über zwei Stunden, kommt die wie frisch aus dem Wasser, kommt sie wieder raus. Das war schon komisch. Aber, ähm. Links Richtung Kurz-Kessler-Straße. Ich hätte jetzt, ich persönlich für mich hätte's jetzt auch nicht weiter. Ich für mich selber hätte's jetzt auch nicht weiter ausgehalten. Warum machst du hier ein Navi an? Hättest du nicht ausgehalten? Den Weg, nicht, außer ich kann... Risch im Bus. Ja, okay, dann sag mir das bitte. Ich für mich, für meinen Teil, hätte jetzt auch nicht länger noch ausgehalten, weil's echt ein ekelhafter Fischgeruch war. So ein moderiger. Nicht so, jeder kennt den Fischgeruch vom Fischmarkt. Stellt ihr euch das nochmal so ein bisschen, zwei, drei Tage in der Sonne vor und dann nochmal ein bisschen vermodert, ne? Also, es war nicht angenehm. Dabei zu essen, oben die Wurst zu essen, war hart. Na, echt hart. Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon hält, was ihr denkt, was mit den Fischen los ist. Vielleicht habt ihr auch was gehört. Wäre auf jeden Fall hilfreich, dass wir uns da mal so ein bisschen zusammenschließen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Nächstes Mal wird auch lecker gekocht, lecker Grundl, zerarbeitet, verarbeitet, zerarbeitet, zerstückelt und verarbeitet. Ja. Was sagst denn du noch zum letzten, so ein letztes Wort zum Sonntag? Ja, es hat so gehochen wie eine belgische Küste. Ganz fein. Ganz fein? Wie eine belgische Küste? Das war echt scheiße, oder? Das war echt blöd. Klare Kante. Ich sag es mal so. Die Stelle an sich ist nicht schlecht. Und bin ich drüber, war es gut. Du hast eine Kante, mich umtürt. Du fühlst mich gerade. Kann sein, warum? Nicht mehr schlägt. Möchtest du nicht erklären, warum du deine Montage nicht zeigen willst? In der Nasebubel. Boah! Ohne Spaß, März, Schmittlach, warum lenkt besser? Da gehen wir das nächste Mal in Ruhe hin. Im Kreisverkehr ab.